so hallo und herzlich willkommen zu mal was anderem und zwar 7 days to die alpha 15 mit dem herrn der sich jetzt mal vorstellt. Hi euer Brotstift hier. Jo und ja wir spielen das jetzt mal just for fun mal gucken wie es bei euch da draußen ankommt und ziehen wir durch. Das ist erste staffel und die ja nennen wir halt wie es im titel halt steht zombie win man weil wir werden die zombies alle besiegen. Ne Bro? Ja dazu muss ich erstmal den Server sehen aber ich sehe dich nicht als friend. Was? Der hat den Server nicht angezeigt. Warte ich lade dich ein. Zum spiel einladen. Ich habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden fall spielen wir auf meinem rechner. Die ganze Schönheit von Spiel hier. Boah das sieht so geil aus. Was sie in der alpha 15 geändert haben das ist so krass. So dann drücke ich mal i hier und guck wenn du joinst. Ja steht bei mir Wort aufs Server aber. Naja ach da. Join the game. Der Brotstift hat gejoint. So dann. Wie gesagt wir Map gerade erst gestartet und wir werden uns jetzt erstmal finden. Zwischendurch die Questen schon mal fertig machen die es hier so am Anfang gibt. Ach was du glaube ich noch gar nicht weißt. Jetzt gibt es ja auch Händler und solche Sachen. Wo du die ganzen Sachen verkaufen kannst. Welche Taste wollten das für dich markieren? I. 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 So hab dich markiert. Bist du weit weg? Naja es geht. Ist bei mir übrigens grün. Kannst du mal auf den Baum einschlagen jetzt hier. Okay. Holz habe ich jetzt. Brauche ich noch ein bisschen Stein. ein bisschen looten hier. Ach das ist ja eh. Boah muss ich wieder reinkommen hier. Na du hast schon länger nicht mehr gespielt jetzt ne. Ja ja. Aber. Ich weiß nicht hast du alpha 15 eigentlich schon so allgemein gespielt? Ja wir haben das schon eben auch gespielt. Mal kurz ne. Haben wir nicht lange. Ja da hast du Probleme mit dem Server. Ah das ist richtig ja deswegen spiel man ja auf meinem Rechner da. Der kann das schon. Ein bisschen ab. So ich brach doch mal ein paar Steine hier. Bei mir ist nirgends wo Stein. Aber naja. Ich hab grad nen Hasen totgeschlagen. Vielleicht werd ich mir gleich mal schnabulieren. Oh zwei Steine noch. Haben wir jetzt nicht hier irgendwo Stein rumliegen? Ja für die Scheiße. Brauchst du ja auch Stein. Ja fünf Stück. Ach. Fünf ja. So ist das. So ist das. Okay ich muss mal weiter hier auf den Stein einschlagen. Irgendwie finde ich grad in der Nähe keine Steine. Deswegen machen wir das einfach so. Ich hab mit bloßer Hand Eisen aus dem Stein gehauen ne. Ey. Also das ist schon brutal. So. Ach. Dann kommen die bei mir entgegen. Weil hier ist Wüste. Das ist glaub ich angenehmer als äh. Ja okay. Mal äh Arbeitsverteilung ne. Was willst du denn äh gern machen? Wirds äh. Ähm. Na? Na? Wirdste Werkzeuge machen oder? Waffen oder Waffen? Äh. Werkzeuge habst du nicht so frisch gemacht? Ja dann mach doch diesmal Werkzeuge und ich kümmere mich um die Waffen. Okay. Okay. Also dann wenn du, wenn du Federn findest und solche Sachen dann mir geben, dass ich äh das leveln kann ne? Ja schon mal mag. Dann schauen wie es funktioniert. So jetzt haben wir schon mal ne Stein. Ja. Obwohl Federn kann eigentlich jeder, Pfeile kann jeder für sich selber machen. Im Endeffekt brauchen wir ja beide äh. 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 Ä Äh. 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 Äh Mal gucken, wie ich damit zurechtkomme Weil es doch manchmal ein bisschen Eine Umstellung, das Spiel auf Deutsch zu spielen Dann ist das quasi für mich auch so ein bisschen neu, weißt du Was willst du denn? Wollen wir ein eigenes Haus bauen? Oder wollen wir uns in die Erde buddeln? Oder wollen wir ein Haus übernehmen? Ich meine, wir haben ja jetzt Ja, lass mal das Wort treffen, dann werden wir sehen, was wir unterwegs finden Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit wie normal Weil ich ja den Tag auf 90 Minuten gestellt habe Ich meine, dann hat man mehr vom Tag Weil die ersten paar Nächte sind, glaube ich Die werde ich nicht mit aufnehmen Weil da wird sowieso nichts passieren Außer, dass wir unsere Waffen upgraden, sage ich jetzt mal Und Waffen herstellen Da denke ich mal, dass wir die Nacht halt auslassen Denk dran, du kannst auch alles wieder scrappen, ne? Was du herstellst Ja, ja, aber warum kann ich meine Sachen nie anziehen? Welche Sachen? Die ist gerade Crafter Musst du halt auf... Rechtsklick geht nicht Ja, rechtsklick und klickst einmal drauf Und dann oben steht doch... Ach ja, wir... Ach so... Ja... Ja... Ich will halt noch mit dir auch so viel drauf wissen Ja, ja, ne, ist ja nicht so schlimm Ist ja nicht so schlimm Ich habe jetzt hier Kakteen, die werde ich mal, äh... Ein paar abernten, dass wir zwischendurch sogar was zu essen haben Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht Kann das sein, dass du dich immer weiter entfernt? Du solltest vielleicht... Ich komme dir entgegen Echt? Ja Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Pfeil immer kleiner wird, ey Du rennst vielleicht in die falsche Richtung Ist halt durchs Schneegebiet gleich Okay Naja Werden wir schon Werden wir schon hinkriegen So, jetzt werde ich erstmal hier meine Klamotten mal... Craften Das, das, das und... Das Aua Verkribbel Jawoll Hat er gar nen Holzbogen Jawoll Anziehen, anziehen... 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 Ich habe gerade gesehen, dass ich mein Spiel gar nicht auf Deutsch gestellt habe, obwohl ich in Deutsch eingestellt habe Oh, dann ist es in Englisch, dann muss ich mich gar nicht so um... umstellen Ich habe gedacht, ich habe das auf Deutsch gestellt Na ja, egal War ein Hirsch Ja, ist alles auf Englisch Na gut Ist alles auf Deutsch Hast du auf Deutsch? Ja Ich musste nicht mal was umstellen, also ich habe nichts eingestellt Na, ich habe eigentlich... komisch mein Solo-Ding, was ich gemacht habe, war es eigentlich auf Deutsch Aber vielleicht habe ich es unbewusst auch wieder zurückgestellt, das kann auch sein Ich weiß es nicht, ist ja auch egal Ist ja auch noch so ein Eis-Zombie Na, gegen den solltest du am Anfang noch nicht kämpfen Ja, ich habe oben Achso Oh, da ist eine Tasche, die habe ich gesehen Na, wo sind die? Aschloch, hast mich getroffen Gibt ja gerade irgendwas rotes... achta Irgendwas rotes habe ich gesehen Was... Wassergläser ist auch nicht schlecht Aua, Shenko fest Nein Lauf, Forrest Lauf Voll erwischt ja auch Ich meine, noch sind wir am Anfang, ne? Noch ist nicht so schlimm, wenn du stirbst Der schluckt aber auch Pfeile, ey Jaja, der ist... Hab schon lange Aber übrigens, wenn du jetzt Zombies tötest, ne? Das bringt richtig viel Erfahrung Okay Also mit Zombie töten kannst du richtig gut leveln Ähm, mach ich die jetzt? Mach ich die jetzt nicht? Ach, nö So Lass die mal von dannen ziehen Die... Fräulein-Zombie So Ein bisschen Holz hier Mal ein bisschen, äh Oh, bisschen, du Oh, ich muss schwimmen Oh, ne Kann ich da rumlaufen? Oh, halt Ich- Alter, was ist denn hier los, übelst die Zombies? Nö, lass mich in Ruhe, geh weg schon wieder läuft bei dir ja total ich merke das schon naja die zombies sind eh auf mich fixiert weil ich das fleisch einstecken habe also kinder ist da draußen niemals fleisch einfach so in die tasche stecken ist nicht so gut für die gesundheit kommen denn die ganzen zombies her so dann mal ein oben und ein paar pfeile herstellen hier stelle ich gleich mal 40 pfeile her was ist denn du bist du da drüben ja ich muss irgendwie hier rüber schwimmen aber das ist 2 ok im notfall lässt du dich einfach noch mal sterben und dann hab ich auch keinen bock ich habe jetzt mal das fleisch weggeschmissen das nervt mich dass die hinter mir her sind so ich komme dir mal so grob entgegen an hirsch hallo hirsch nach wo unterwegs aber auch nichts gefunden habe ich ein messer habe ich nicht aber ich könnte den hörsch eigentlich mal kannst du mal bitte dahinter gehen so dann einmal erdrücken für pfeile stehe auf wo rennst du denn jetzt hin was hat denn dich schon wieder erschreckt in your face ich habe gerade ein hirsch one-shotted in einem lowlife mit lowlife aber im kopf macht so ein pfeil halt gut schaden ne ja ich weiß es stinkt schon wieder ist mir egal wo bist du ich höre dich aber ich sehe dich nicht du bist du musst doch von hier irgendwo kommen schreit der ernsthaft von da hinten mich schon an so ab jetzt werde ich alle zombies töten weil macht punkte aber ich werde mal hier kommt noch ein zombie ach da unten nur mal später scheiße boah schön ich habe eine pille gefunden das heißt wenn du Biohazard bist dann kann ich dich retten übrigens ärzte finden es jetzt auf der einen seite leichter geworden auf der anderen seite schwerer du kannst dich nicht mehr einfach im boden rein buddeln sondern die sind jetzt da wo sehr viel klee auf dem fußboden ist also ersichtlich ist meistens eine ader unten runter ja aber du hast halt eine ader wo halt nur eisen drin ist oder nur led oder nur solche sachen ich weiß nicht ob mehrere gleichzeitig auch sein kann ich denke mal schon dass das so ist kommt auf die und zappel philipp muss das jetzt sein schwimmen halt immer noch nach echt ich hatte meine map erstellt hatte ich auch so übel zweites wasser und da ist der typ bei mir gestorben weil der anscheinend so weit geschwommen ist der ist einfach runtergegangen der wollte nicht mehr auftauchen und das krasse ist ich hatte halt richtig viel zeug und das war der erste tag und ich hatte schon für die forge die na dieses kaliber und diese ganzen sachen weißt du und ich hatte schon crossbow gelernt gehabt habe ich gleich gefunden und solche sachen und dann bin ich da in das dann bin ich da in das meer abgestürzt und ich du kriegst den rucksack ja nicht mehr wenn das ewig tief ist das wasser ja 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 das war richtig assi und da habe ich die map geschlossen und habe eine neue angefangen das hat mich übelst genervt wollte ich mal so am rande erzählen ja so ist es aber dann ja klar aber es hat scheiße dann ist schon wieder alt ja dass du wirklich für landen reicht ich bin immer erlegen wie weit ich wie lang ich die folgen mache aber ich würde sagen so 20 minuten ist ok oder ja ja ne also ich denke schon dass es ok ist dauert halt übelst lange jetzt schon nebenbei noch ein Ei spielen ok um bei so einem Baum zu fällen ne mütze ne mütze hab ich hier boah guck mal hier boah boah aber hier fps kann ich kann man auch anmachen Oh, mit F8 kann man FPS anmachen, habe ich gerade rausgefunden. Okay. So, machen wir mal einen Screenshot, ne? So. Vorhin gefallen es viel schneller um. Hm. Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, jetzt mal für die erste Runde, für die Vorstellungsrunde und solche Sachen, mach mal an der Stelle mal Folgeschluss, also Folgenschluss, mit dem letzten Kill dieses Zombies, von meiner Seite her gesehen. Dann, äh, für einen Daumen und einen Kommentar würde ich mich auf jeden Fall freuen, unter Pro natürlich auch. Ja. Und, oh, Levelaufstieg, super. Da würde ich sagen, äh, oh, warte, den einen Zombie mach ich auch noch. Sonst kann ich hier nicht anständig abschließen. Hurra, alles. Alles klar, so. Dann sag mal tschüss. Ja, tschüssi. Na, und, äh, bis zur nächsten Folge. Dann, bye, bye. Bye, 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 Vielen Dank.